Hallo und herzlich willkommen zurück zu Call of Duty Modern Warfare 2 Kampagne Remastered. Oh shit! Meine Herren, das wird gute Arbeit in der Stadt. Private Alan, ab sofort erhalten Sie Ihre Befehle von mir. Ich erzähle Ihnen alles im Heli. Los! Bataillon rückt vor! Eieieiei. Ein Infotext dazu. Wie sehe ich aus? Wie einer von den bösen Jungs. Ideal für Ihren Geheimauftrag. Also ist Makarov der Preis. Makarov ist kein Preis, er ist käuflich. Er arbeitet stets für den, der am besten zahlt. Vergessen Sie nur Ihre neue Identität nicht. Dann bleiben Sie am Leben. Willkommen bei 141. Eine Einheit der besten Krieger auf diesem Planeten. Es ist eine Ehre, Sir. Wann treffe ich den Rest des Teams? Sind auf einer Mission, sichern ein abgeschossenes ACS-Modul in feindlichem Gebiet. Nasse Füße? Dazu ist es dort viel zu kalt. Die Pause ist vorbei, Roach. Los jetzt! Hier bleiben. Auf meinen Zeichenladen. Hier bleiben. Auf meinen Zeichenladen. Hier werden Sie. Rauschenladen haben. Und auf geht's! ok ich wollte kurz ausprobieren ob man es halten muss es 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 wir sehen uns auf der anderen seite es 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 knappe kiste roach herzschlagsensor überprüfen ich sollte auf der anzeige erscheinen der blaue punkt bin ich unbekannte kontakte erscheinen als weiße punkte roach diese trottel haben keine ahnung dass wir hier sind wir können uns zeit lassen sie übernehmen den da links bei drei eins zwei drei gut gemacht nicht beide lebe meine wochen mit herzschlag sensor so derselbe plan bei drei eins zwei drei gut gemacht auf flops refer aus fest 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 Der Sturm wird stärker. Wir trennen uns. Ich halte mit dem Thermalziel Fernrohr von diesem Kamm aus Wache. Schleichen Sie durch den Sturm in die Basis. In dem Schneesturm sind Sie wie ein Geist. Die Wachen erkennen Sie also erst sehr spät. Augen auf den Herzschlag-Sensor. Viel Glück! Voll erwischt. Die Wachen sind gut. Kommandantin Petro, gehst du an die Dispenserschein. Kommandantin Petro, an die Dispenserschein. Ich habe Ihre Kommunikation aufgehört. Nach Südosten, das C-4 bei der Tankanlage anbringen. Wenn das in die Hose geht, gehen wir nach Plan B vor. Ziel zu linken. Gut gemacht. Wieder da im Haus 2. Da kommt ein Truck. Außer Sichtweite bleiben. Gut gemacht. Okay. Das läuft auf 1 Sekunden. Die Tankanlage ist am Nord-Ost-Ende der Landebahn. Shit. Der gehört mir. Vergessen Sie es. Der Truck kommt zurück. Okay. Der war gut. Roach, im Nordosten der Landewahn nach der Tankanlage suchen. Alla ausgeschaltet. Sehr schön. Der Truck kommt zurück. Sekunde. Aktivität auf der Landebahn. Mehr als 20 Feinde nähern sich zu Fuß. Die kann ich aber umgehen. Das ist die Tankanlage. Sie haben sie gefunden. Ich höre weitere Funksprüche über den Satelliten. Bereithalten. Aha. Der Satellit scheint im Hangar ganz hinten zu sein. Mehr als da ist. Breche auf. Ende. Starke Wärmesignaturen am Tower. Könnten BMPs sein. Bereich meiden. Er sieht ja weiter. Die sind nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Doch. Roach, ich warte hinter den Hangars an der Südwestecke der Landebahn. Sie wurden entdeckt, Deckung! Shit! Roach, wir treffen uns hinter den Hangars, Südwestecke der Landebahn. Die Landschaft, Genossen, was? Los geht's! Oh! Rauf gehen und das ACS-Modul suchen. Da haben wir das ACS-Modul. Roach, ich bin aufgeflogen. Stillverhalten und Feuer einstellen. Roach, schnell, Plan B. 4 3 4 4 4 5 5 6 5 7 8 7 9 9 10 10 9 10 10 10 11 11 12 11 13 15 15 16 17 16 17 17 Ich gebe Deckung, Rose. Bewegung, Bewegung. Oh man. Das Schneemobil neben Rose. Verschwinden wir. Ob es sagt, wir wechseln an die Seite wegen Schneemobil. Kilo 61, primärer Treffpunkt gefährdet. Unterwegs zur Landeszonung im Feindradzeug. Wir treffen uns dort. Over. Kilo 64, Kilo 61, verstanden. Ende. Weitere Ziele hinter uns. Abschütteln. Los, los. Nicht nachlassen. Anhalten bedeutet tot. Los, los, los. Na los, na los. Los, los. Oh man. Oh. Bravo 6, Treibstoff wird knapp. Wie ist der Status? Kilo 61, starker Beschuss, aber wir sind fast da. Bereithalten. Gas geben. Weiter. Da ist der Heli. Los. Da ist der Heli. Los. Bravo 6, wir haben Sichtkontakt. Anwort. Na los. Der Treibstoff wird verdammt knapp. Okay, wir haben das ansehen. Verschwinden wir von hier. Junge. Wie schnell das am Ende war, ey. Wenn der Starbauer mitgenommen wäre es aber auch Matsche gewesen. Der Rest von Kommando 141 hat das ACS reingebracht, Alan. Zwei Mann haben eine gesamte Basis erledigt. Von ihnen erwarte ich noch mehr. Wie ist der Krieg? Gestern waren sie Soldat an der Front. Aber heute sind Fronten Geschichte. Uniformen sind Reliquien. Überall tobt der Krieg. Und es wird Opfer geben. Dieser Makarov kämpft seinen eigenen Krieg und er kennt keine Regeln, keine Grenzen. Er schreckt vor nichts zurück. Wirklich vor gar nichts. Er ist keiner Flagge gegenüber loyal. Keinem Land, keinem Ideal. Er tauscht Blut gegen Geld. Ihr neuer bester Freund. Der Preis dafür war hoch, dass sie neben ihm stehen. Aber agieren sie trotzdem besonnen. Sie müssen die unschuldigen Zivilisten schützen. Na dann. Die epischste Szene aus ganz Modern Warfare 2. Und wir dürfen natürlich nicht auf Zivilisten schießen. Oh Mann. Ich hätte einfach so BAM 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 machen müssen. Die Treppe hoch. Los. Die Treppe hoch. Los. Die Treppe hoch. Die Treppe hoch. BAM 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 und weg alle zivilisten hier es wäre so leicht es geht am ende darum nie zu töten oder wobei und Makarov kriegst du einfach weg das weg wer weg Gehen wir! Die lassen euch einfach zurück, aber ihr habt Glück wahrscheinlich, oh ne, du nicht, du bist verbotet, oh, erstmal macht's verbotet, delayed, hauptsache einer macht das noch. Die kommen gerade rechtzeitig, Waffen und Munition überprüfen. Ich habe lange darauf gewartet. Das haben wir alle. Gehen wir los. Los. Gruppe 4, следите за вторым терминалом. Terroristen können über den Tunnel durch den Tunnel gehen. Bekommen. FSB aussteigen. Gehen wir auf den Tunnel. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Anscheinend gerne Leute zurück Wo schießt du hin? Ja, du bewegst sicher nicht Korridor gesichert Feuer einstellen Das war keine Botschaft Das ist keine Botschaft Das ist eine Botschaft Oh Mann Aber Damit war's das von dieser Folge Wir sehen uns in der nächsten wieder Bis dann Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017